20. Dezember 2022, das heißt nicht mehr lange hin bis Heiligabend. So, wir fangen an, wieder mit einem von drei Kalendern. Zuerst starten wir heute mit dem von ZEK. So, Türchen, Kästchen, Schachtel Nummer 20, wieder etwas größer, breiter, dafür schmaler. Schauen wir rein, häufig Gummibürmer, äh, Gummiköder. So, diesmal haben wir den Edward. Ja, ist eigentlich eine schöne Farbe. Red Crab, acht Stück sind drin, 2,8 Inch, 7,1 Zentimeter. Talatfrei, so, eigentlich schöner Gummi. So, machen wir kurz das Licht aus, gucken wir mal, ob es durch die... Ja, die leuchten schön. Im ersten Jahr vom ZEK, also vor zwei Jahren, war der Kalender ja voll mit den Dingern. An sich ein super Gummi-Köder, Gummi-Krebs, ähm, wieder Salzgärter drin, ne, Aminosäuren. Gut, cool. Ähm, packen wir weg, kommt der nächste. So, und zwar, Hecht und Barsch. Türchen 20. Komm mal raus. Ja. So, supergeil, Alter. Geiler Hardbeat. Da ist aber noch ein Zettel drin, ne. Von Lurfans. Happy Jesus. Ist die Sonderfarbe von dem E9S. Gewicht 11,5 Gramm, Länge 90 Millimeter und Sinking. Sinkend. Mit dem Magnetic Boost System. Lurfenstellen, sehr geile Hardbeat. Ja. So, hier haben wir so ein kleines Sichtfenster. Zwei Drillinge. Schön wieder diese Bananenform, ne. Das treue Auge. Genau. Ist ein Sichtfenster, muss ich mal gucken. Aber, ah. Da ist so eine Holofolie drin. Na, komm. Das sieht man hier so ein bisschen. Farbes. So ein bisschen ein A.J.U. angelehnt. Kann ich nicht lesen, außer 11,5 Gramm. Lurfans. Schönes Ding. Ja, wirklich ein geiler Köder. Na, hier sieht man nochmal das Auge. Aber die Augen sind beide gleich aus. Schuppenmuster. Güldene Farbe. Schwarzer Strich. So. Gucken wir mal. Licht geht aus. Ich weiß gar nicht, ist das reflektiert. War wirklich geil. Da wird wahrscheinlich ein Magnet drin sein und dann die Kugeln werden sich lösen beim Werfen. Cool, geiles Teil. Liebe Hardbaits, kommt zur Seite. Einen Kalender haben wir noch und zwar Türchen Nummer 20 beim Mikatech Hauptverschreund Kalender. Yuki, ich glaube das dritte oder vierte Mal Yuki. Diesmal sind es Snaps. Yuki made in Japan, Elevation Leader. Snaps Größe 1, 9 kg Tragkraft. Kann man immer gebrauchen. Also wenn man sich den Kalender bis jetzt so anguckt wird gegen Ende immer noch ein Schuh draus. Ich bin gespannt was in den nächsten Türchen noch kommt. Ich danke euch fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns morgen. Wenn ihr Bock habt lasst mir ein Abo da und ein Like fürs Video und dann bis morgen.